Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu Poison Aber gutem Poison, es ist nicht normaler Poison, es ist Poison 3 Ja, es ist Zeit für Take it Light Plus mit dem Torgix, dem Fire Embruster, dem Hanger Number One Und natürlich diesem komischen Typen da, der diesen Kanal betreibt und deswegen ein ziemlicher komischer Typ ist So Und übersteuert Und ich kann es auch Nein Ich will dich nicht heiraten So Warum nicht Immer noch? Ja, ne, keine Ahnung, aber wenn du lauter bist Ich bin einfach etwas weiter vom Mikro Ja, ich bin ganz nah am Mikro dran gewesen Ich glaube, das ist ja zu laut eingestellt dafür Muss ich ein bisschen weiter weg sein, so wie jetzt Ich denke dann geht das irgendwie Genau, ich habe ja das neue Mischpult Ich weiß gar nicht, ob das in der letzten Aufnahme auch schon war Aber jetzt ist es auf jeden Fall da So, das bedeutet, dass es soundtechnisch noch nicht ganz perfekt ist Das muss alles noch so ein bisschen, das muss ich nur so mit austarieren Oder wie man so schön sagt Und ja So und heute, wie es im Titel steht, werden wir das Ende bereisen und da ganz tolle Sachen machen Aber was genau, das seht ihr ja dann alles noch, wenn es soweit ist So, Hater, ich darf jetzt mal irgendwie Enderaugen werfen Und dann würde ich sagen Mehr kann er nicht Begeben wir uns erstmal grob in die Richtung Ich finde das Wort grob so schön Grob, 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 grobteewurst Und grob, grob, leberwurst Aber eigentlich kannst auch du selber werfen, wenn du willst Einfach rechtsklick, ne? So mal, ja jetzt habe ich, ich habe, ich habe Äh, okay Ja, ist vielleicht sogar ganz gut, dann Genau Äh, wo ist das jetzt? Äh, ach da Musst du auch auf der Minimap gucken, da siehst du ja unsere Namen Hilfe Hilfe Noch geht's in die Richtung Ich sag, ich sag ja, das wird nachher genau unter Donnys Haus sein Warum habe ich das Gefühl, dass genau das passieren wird? Das kann typisch aus sein Jetzt ist es irgendwo hingefallen und ich sehe es nicht mehr Manchmal, manchmal verschwinden die auch komplett Hä, das kann doch nicht wahr sein Ja, ich habe eins Hast du das Ende-Auge? Ich habe eins, aber ich bin ja weiter Also es ist zumindest schon mal Johnny's Oh, warte mal Der wieder zurückgeflogen, wir sind glaube ich schon vorbei Willst du das schwingen, wenn das jetzt weg ist? Nö, nö, wir haben genug Okay, ich komme zu euch und werfe lieber keine mehr Äh, wir sind da In welche Richtung seid ihr geflogen? Ich wollte nicht abwarten Wir haben jetzt Richtung? Ich habe meine Schaufel vergessen Baut dich doch nicht straight down Das macht man nicht Hallo, hallo, Tonks Ach, da Baut doch gleich eine richtige Treppe Dann, ähm, kommen wir nachher auch wieder hoch Ich habe auch Angst vor hohen Ränder-Distanzen wegen FPS Ich bin da Ich bin da Ich mache trotzdem mal, obwohl Ach, wenn du da bist, was soll der Scheiß Wir können alle fliegen Eigentlich hätte ich jetzt Der Ordnung sei, wenn du da bist Wo habt ihr denn das Loch gemacht? Oh, hier wo ich bin Direkt Ich habe mal ein paar Faggeln gesetzt Hier Und ich doote schon mal Du, 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 du Das ging schnell Oh, ups Ich nehme mal ein paar Bücher mit, ne? Ach das Ich schaue mich mal so ein bisschen um Erstmal hier Hier sind lauter Türen und Truhen Wenn du weiter gerade auskommst Hier viele Glowflowers und Classic Platings Aber ich denke mal Lootmäßig wird hier nichts anderes sein Was man auch nicht irgendwie aus den Lootbags oder so kriegt Natürlich mein Arzt zuhause gelassen, ne? Hier ist Common Treasure Von Thumbcraft Ich weiß nicht, was das ist Ist das gut? Musst du damit einfach rechtsklicken machen Dann kriegst du da so ein bisschen Zeug raus Aber das ist meistens nur so Ich habe die Coin bekommen Eventuell hast du auch noch ein Potion gekriegt Potion of Fire Resistance Habe ich bekommen Nice Ich meine Ich denke nicht, dass es groß ist Hast du denn auch das Dings gefunden schon, Failmaster? Das Portal? Ja Ja Okay Ich bin da Dann kommen wir zu mir Dann brauchen wir uns hier ja gar nicht so lange aufhalten Vielleicht ganz gut für die Zuschauer Hä? Wie bist du denn lang gelaufen? Kommt, ich bin Findet einfach meinen Namen Ähm Ich habe hier ein Portal gefunden Da bist du aber nicht Ich habe gar nichts gefunden bis hier Du seht ihr denn? Ach da Das Fairmaster Hallo Oh nein, wir sind am Ende Oh nein Ich habe ja kurzfristig noch ein Schwert gefunden Ich habe gerade keine Diamond Dolly Sonst hätte ich das jetzt voll mitgenommen hier Aber die Dinger droppen mir eh nix Ach, weißt du was? Ich habe eine Diamond Dolly Mist, ich habe es nicht eingesammelt Wieso? Oh, ich bin runtergefallen Habt ihr genügend Ende Augen? Ja Ja Ey, das ist auf alles vorbereitet Warte mal, wir sind auch mit Achievements Ja, genau das habe ich auch gedacht Gerade wo du das sagtest Ich wäre soweit The End, locate the End Ja, ich bin auch da Okay Setze die letzte Ende Auge Vorrichtungseigenschaft Erster Oh mein Gott, Beehive Ich habe keine Bean Dinger dabei Okay Ich mache ein 360 ins Ende rein Oh, jetzt ist es weg Ich bin das Letzte Das Ding hat mich schon angegriffen Das Ding Hauptsache, ihr kriegt alle das achieve Und wenn ich nicht Du, 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 du Ich kann schon mal folgendes tun hier So ganz geweevt Laufe ich hier mal eben durch Und ich fahre mit der Chat Das Ding Ich sehe den Ender-Drachen noch nicht mal So, Hater hat uns ja Richtig schön in der Zwischenzeit Mit Sachen Gedingungsbumst hier Ich fahre dafür, dass wir ganz viele Ender-Männern Ah, ich bin erst der Ender-Drache Ich mache die noch Soll man nicht zuerst die Dinger da zerstören oder so? Jetzt sind wir gerade dabei Okay Kann man die gar nicht erschießen? Doch, mit dem Bogen schon, aber Mit Flan nicht Mit Flan-Spot-Zoll Hier Eventuell hört man, dass ich die Sounds irgendwie nicht geändert habe Hast du ein Soundpack? Mit den Explosionen Ach schade, das war schon mein letzter Hauptsache, jetzt habe ich den Bug, ne? Muss ich jetzt jedes Mal rejoinen Sind wir nun durch? Sind jetzt alle kaputt? Hey! Kaputt? Ne, da ist noch einer, der nicht kaputt Ich sehe den nicht mal Du blöder Ender-Drache Äh, was fällt dir ein Ich muss eh einmal ganz kurz rejoinen Ich habe immer diesen Bug, ne? Ich habe immer diesen blöden Bug Der hat mich halt mit dem Shotgun Der war kein guter Der ist aufdachlos Sound-Effekt Bumm Das trifft doch gar nicht Was will der eigentlich immer von mir? Ich war ganz, ganz neutral und habe mir hier gerade ein Getränk geöffnet Ja, ich wundere wo sie auch gerade Wir treffen den anscheinend, ne? Ich habe den gerade aber schon was drauf Wo ist denn überhaupt seine Schwachstelle? Eigentlich das ganze Ding Ich habe nur noch ein Goldschwert da Die Dinger sind doch irgendwie sauer verbracht Ich treffe mich auch nicht Komm her! Ja, dann lass ihn halt runter kommen oder so Keine Ahnung Komm mal runter, komm mal runter, Junge Mein Niveau, dein Niveau Leel Ich stehe immer nur mit dem Säulen Au! Mann! Ich treffe ihn überhaupt nicht Ich hoffe, wenn ich gleich drin bin Ja, ich alle treffe ihn nicht Mann, ich mache dir gerade kein Damage Auf welche Dämpfe Bin ich noch drin? Der Flansmod ist dafür irgendwie nicht gedacht Warum bist du so schnell? Warum bist du so schnell? Weil ich so schnell bin? Ja Boah Und ich bin so langsam Mann, Schwer, das kommt mit Das ist überhaupt nicht geeignet Das ist überhaupt nicht geeignet Um den zu Zerpflücken Ne Komm her, schlag die Spitzdacke Dass wenn du direkt davor bist Bringt das nichts Ich glaube, mein Spitzdacke macht mehr Schaden Als meine Als meine Als meine Schaden Stieeeel Ich glaube, mit Flansmod mache ich eher euch Schaden Ne, geht nicht Doch, geht schon Das ist interessant, egal War gerade beim falschen Spiel War gerade irgendwie bei World at War wieder Boah Ich weiß gar nicht, wenn wir gleich aufsehen Boah Okay, mein Spitzdacke Okay Okay Du hast halt nicht mit der Shotgun Ich hätte doch einen Bögen hier Oder so nehmen sollen Ich hätte einen Bögen da Willst du einen haben? Ja, ich nehm den Aber ich nehm den mal eben Warte mal Warte mal Was ist mit der Waffe Was ist mit der Schusswaffe von NuclearCraft? Weiß ich nicht Ich werfe den Spitzhacker drauf Die bringt's halt voll gut eigentlich gerade Er ist fast down Letzter Schlag Noch bumm Tschüss Oh, ich bin fast wiedergefahren Die Soundeffekte sind so geil davon Ja, und damit haben wir den Ender-Drachen ganz toll getötet Und ich bin glaube ich Das Drachen eigentlich musst du von auf die Hunde verlassen, genau Es war so unglaublich spektakulär Ich will's haben Nö, das kommt dann später in die Großstadt So haben Hayter und ich uns das schon gedacht Dass da jeder später Zugriff drauf kriegt Duplizieren kann das Aber solange verwahre ich das Es ist weg So, aber jetzt machen wir tatsächliches anderes Und zwar aktivieren wir Oh scheiße Oh, Failmann ist das endlich am Ende Um kurz zu erläutern wie Hayter das meint Und wir haben noch etwas ganz anderes geplant Denn das ist ja noch nicht alles Nein, da der Ender-Drache ja schon x-tausend mal gemacht wurde Gibt es jetzt noch etwas anderes Ich bin nicht im End Ja, ja, nur mit der Ruhe Wir müssen es eh erstmal aufbauen Genau, das dauert jetzt alles einen kleinen Moment Ich muss das mal orientieren in welche Richtung welche ist Das bedeutet ich muss kurz auf die Minimap oben rechts gucken Das erfordert sehr viel Arbeit Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht Wobei das auch nicht schlimm ist Das sehen wir dann gleich Das heißt was Aber eine Sache habe ich eventuell Nee, nee, schon gut Hat sich erledigt Hat sich erledigt Ich werde nur wie ich das zu euch finden Habe ich den schon? Nee, ich habe ihn noch nicht analysiert Dann kann ich ja richtig toll Sachen analysieren hier erstmal Endstone Ender-Lilies Ja super, jetzt muss ich zurückklinge Weil der Eye of Ender sich weggeworfen hat Und mich zurückkultiert hat Oh, jetzt habe ich einen Enderman angeguckt Das sieht doch schon mal ziemlich cool aus Weil jetzt habe ich Rotstein geklaut Ja ich brauche den wieder Sonst reicht es nicht Tja 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 Ich mag das mit den Naming Surroundings Dass sie jetzt hier diese gruselige Hintergrundmusik ist Ja das stimmt Das verleiht ihm doch so ein bisschen Atmosphäre, weißt du? Und ich... Nee, weiß ich nicht Wie, nee? Jetzt hau ich dich gleich, ey Gerne Wir beobachten Hater bei dem komplizierten Aufbau eines Rituals Das eigentlich ja so überhaupt keinen Sinn macht Aber nun mal so funktioniert Das wer bestimmt gerade falsch aufbaut Ich habe zuerst gedacht, jetzt baut der gerade irgendwie ein deutsches Symbol Hast du zufällig mehr Strings übrig? Nee, ne? Ich weiß es nicht gar nicht Ich bin gerade noch am gucken, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich eigentlich mehr brauchen würde Ach, hier liegen Strings, die habe ich gerade gar nicht gesehen Was hatte ich jetzt gesagt? Ich habe mir jetzt auch nicht gemerkt, in welcher Entfernung die blöden Kisten sein müssen Alles mögliche habe ich versucht zu denken, nur an sowas wieder nicht Multi kann an nichts denken Denken Spacken die Sounds bei euch auch gerade so ab? Nein Was spackt denn bei dir? Bei mir hat irgendwas abgespackt So, dann sag mal, wo muss welche Dinge hin So, dann sag mal, wo muss welche Dinge hin Müsstest du so allmählich nicht mal das total wieder auftauchen? Ähm In den Osten müssen die Tränke Der ist Hier wo ich bin An der Seite So Das sind die Tränke Und die andere halt die Music Discs So, man kann hier einfach mal rechtsklicken mit dem Division Siegel machen Wartet auf mich Children of Fire 14 von 12 Gifts of Earth 13 von 12 Wie lang brauchst du denn verdammt nochmal? Ich musste total wiederfinden Oh Gott, ja Och Mensch Failmaster Ich bin reingefallen Scheint wohl alles richtig zu sein Okay, dann müssen wir jetzt nur noch warten bis Failmaster ist noch wieder zurückgeschafft Hä? Eigentlich müsste das schon längst da sein Du kannst ja auch mal Shift-Rechts-Klick mit dem Division Siegel machen Aber scheint Scheint wohl richtig zu sein Wir haben sogar offensichtlich mehr als nötig In den zwei Kisten von dir Eigentlich Hauptsache wir haben produziert Ja Aber das sind einfach traurig War das so laut? Das muss doch hier irgendwo gewesen sein Ich habe mir mit einem Zollstock auf die Wange gehauen Weil ein Zollstock unglaublich sexy ist Weil ein Zollstock unglaublich sexy ist Weiß ich nicht Was ist denn mit Zollstocken jeden Tag zu tun? Und so richtig sexy sind die eigentlich nicht Doch Okay Stopp! Wenn du das sagst Hier müsste das doch erstmal sein Ach hier ist ein Trapport hinter Ich habe irgendwas passt mit dem Ding noch nicht Ich brauche noch ein Enderman Trophäe Ich glaube irgendwas stimmt mit Hasi nicht Ja genau Was stimmt nicht? Ja die die ähm Virtual Markings Trang Äh das passt noch nicht Na Wieso sagt dir das ja nicht an? Doch sag dir doch Steht unten dran Ich mag es Enderman zu jagen Die sind lustig Bei mir steht das Steht nicht das Das sind 54 von 64 sind Geh mal weg So ich bin zu öffnen da Nice So jetzt ist minus 64 64 64 So wie Sans Ach so Ach so okay Everything is prepared Sacrifice one who would sacrifice himself Also zum Beispiel Multidemon Hunter Gut Sind wir alle bereit? Ja Ehm alle bitte die das machen wollen Mit dem Division Stift Rechtsklick Auf den Beat So Ich hab sowas nicht Du brauchst auch keinen Nein Also bin ich mir ziemlich sicher Also ich äh Torx nimmt das hier Und geh mal Ich hab's bekommen Haha Das ist aber Das ist aber normales Ne? Es ist aktiviert Das muss aktiviert sein Das muss schon aktiviert sein Wow Wow das ist inaktiv Ich hab's aktive mitgenommen Super Warum krieg ich die denn jetzt? Ich will die nicht Ich behalte die selber Dann macht doch den Ring aus Nein Oh nein Oh verpiss dich Sovor als hab ich keinen Sinn Wow Jetzt hört doch mal auf mir die Wissenspiegel zuzuwerfen Ich setz den Ring jetzt wirklich mal kurz ab Ey Das weiß ich Das ist inaktiver Obwohl Ja boah Ich hab jetzt noch ein String Ich hoffe dass da jetzt nicht irgendwas fehlt Weil hier jemand geschlagen hat Scheint aber alles richtig zu sein hier Na ja Schau ob Ding Schau ob es dran steht Ja ist alles noch richtig Hast du noch mehr Strings zufällig? Ja ich hatte mehr Strings Und hab die weggeworfen Ja Wow Ey du hast jetzt gerade eins von mir eingesammelt Ja ich hab keins Wo ich mach das? Ja Multi zieh mal deinen Ring aus jetzt Komm Man Und Famer hast du übrigens auch ne? Ich hab den Ring jetzt gerade an Ich hab den nach Hause geschickt Ich hab jetzt gar keinen mehr da Gut Hat jetzt jeder so ein Siegel? Nein Auch Torgix Nein ich hab keins Der Torge braucht das ja auch nicht Gut Sollen wir uns ja Foxy mitnehmen? Also ich glaube nicht dass Torge das braucht Ich weiß nicht immer wo wir das brauchen Ich hol noch mal eins Dann kann Ding Dann kann Foxy auch eins haben Ich geb ihm das wohl Wofür ist das jetzt überhaupt? Was ist das für ein Ritual? Du machst die Division Siegels Die du sowieso schon aktiviert hast In diesem normalen Ritual Falls du das kennst Nein Wo ist denn jetzt schon wieder? Storgix Bleib stehen Okay Danke Die machen wir damit jetzt zu besseren Siegels Damit kannst du bessere Unstable Ingots machen Diese Mobius Noch was noch Damit kannst du zum Beispiel den Super Builders Wand bauen Und sowas Achso Geil Genau So Und nachdem jetzt alle haben Ich sag's nochmal Alle haben Ich mach's nochmal testweise So Herr Vorsichtshaber mein ich Ja Kann nicht schaden das einfach nochmal gemacht zu haben Okay Gut Dann spawne ich jetzt hier einen Iron Golem Und den müssen wir dann gleich erschlagen Und dann geht's los Oh Ich hoffe der ist nicht zu weit weg Zum Glück haben wir ja ganz viel Knockback dabei So Ah doch funktioniert Ich hab das normale Jetzt müssen wir Mops killen Ich hab das normale Ich hab das normale Achso Ohne dabei zu sterben Ohne dabei zu sterben Ohne dabei zu sterben Ohne dabei zu sterben Sterben wäre nicht so gut Wenn ich das für euch nämlich gefailt Oh genau Der Kills 1 Der Kills 1 Kills 3 Oh da hinten sind Mops Genau Achso man darf nicht fliegen Ich hab das schon wieder vergessen Ich sehe gerade dass ich das Jetpack anhabe Kills 2 Du darfst echt nicht fliegen ey Wo ist eigentlich meine Brustplatte Hallo 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 Ich weiß gerade nicht ob die Leute da sind Meine Brustplatte ist weg Ach ne der ist da So jetzt Zum Beispiel Zum Glück darf man springen Die Musik ist gerade sehr cool Da hinten sind die Keeper Gelten diese Kills nicht? Ach Mist die gelten nicht Ok Ich hab auch Ok Ich hab grad wirklich Oh mein Gott Ja das ist kein Problem Ich hab da auch gar nicht drauf geachtet Ich hab einfach getötet 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 Und dann denke ich dann hab ich erst gemerkt dass da irgendwas nicht stimmt Tinkers geht Tinkers kann zu nehmen Och wie scheiße ist das denn Ja 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 das sind ja aber auch andere Arten von Waffen Das ist klar dass es da nicht mit klarkommt Ja gut aber es sind halt trotzdem eigentlich Kills Und Kills sollte eigentlich immer gleich sein Ich finde Kill sollte als Kill zählen Kill ist Kill Die Frage ist Waffen Ich hab gerade mit nem ganz normalen Bogen getötet und das hat nicht gezählt Achso Ich darf so keine Fernkampfaffen benutzen Das kann doch sein ja Das kann echt sein ja Ich fasse gerade 49 Lerps Brauchen wir jetzt nur noch 7 Weiß es nicht Ach hier vorne Du verlierst ab und zu ja mal Sachen Irgendwie sie mit deinen Klamotten Tools und ähnliches Oh mein Gott Seht ihr hier grad die Creeper die da immer in den Kopf rumspacken? Nein Ich seh hier grad ganz viel Tennis Wie viele Kills muss man da machen? 100 100 Ich hab 30 Ich hab 10 Ich bin bei 33 Ich hab 52 Ich hab's halt voll lange nicht gecheckt, dass man das mit nem Nahkampfding Oh was müssen da so viele So viele Das ist mir egal Ich klatsch dir mit einem Schlag weg Ich brauch 2 Ich brauch 2 Sachen die er nicht benutzen soll Jaja So Oh da sind ein paar lustige Viecher Lasers Was müssen das denn immer so viele Creeper auf einem Haufen sein ey Ja Oh das müssen viele Blätter hier Das ist mir Was mich geschlagen Passiert Oh mein Gott BAM Bam Junge Ich bin Eminem Und die 50 Ich bin erst bei 48 ey Ich bin grad bei 47 Ich seh grad auch keine Mops 8000 und 2 Ups Ich bin bei 77 Dann ist er gleich fertig Ja ich bin dann gleich fertig Wow Alter Das ist aber offensichtlich so dass alle eins sind immer gilt Oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott Ach Gott sind die viele Ich mach euch kaputt Warum bin ich denn auf einmal fast tot Ich bin sauer Vermutlich war irgendwo ne Hexe und hat dich mit Gift beworfen Ja ich hab Poison Ja genau Das ist das Problem von der Ding Von der Power Arm Oh fuck 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 Ein Sarko fuck Alle drei waren es aber gleichzeitig Ich hab mich mal ganz kurz zugebaut Ich hab mich mal ganz kurz zugebaut Ich hab mich mal ganz kurz zugebaut Ich dachte du hast so viel Extraherzen Ich critter die hier alle weg Der Poison Der geht durch die Rüstung durch quasi Weil Poison ja ja kein Ich muss halt Achso nicht fliegen Nicht fliegen Nicht fliegen So Ach Gott ich fliege Wo fliege ich denn Von Hexen fern halten Alter viel hast du? Weiß ich nicht Ich glaub ich bin durch Ja ich bin durch Ich geh da runter Ich hab 55 Ich bin durch 90 91 92 93 94 Ich bin immer ein bisschen besser Ach Es ist grad einiges los Ok Noch 4 Kills Ich brauch ein paar Weil ich dir so viel Zeit verloren hab Was kann ich denn erfüllen wenn du hier zwischenläufst Zwei Ich hab mich dreimal geschlagen Au Und 100 Ich bin gepäusent von so ner scheiß Bitch Das kann doch nicht wahr sein hier Kann schon wahr sein Kann schon wahr sein Doch Ich hab jetzt ein Teut Intervention Segel Genau Und ich krieg grad Damage vom Krieg Damage Und ich mache das Hehehe Ich bin nicht mehr Ich bin nicht mehr Alter Ich geh nicht mehr Ey du Scheißgritt. Jetzt muss ich wieder laufen. Die greifen mich an. Das wäre vielleicht sinnvoll, wenn die Leute, die 100 Kills haben, einfach nicht mehr töten. Ich töte auch nicht. Ich laufe einfach durch die Gegend. Ich hab mich angeraufen. Das schien gerade so auszusehen. Dann hab ich nichts gesagt. Dann hab ich nichts gesagt. Boah wie viel Müll hier war drin. Allein! 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 Was war das? Das Echo von den Creepern. Was? Boah, irgendwie ruckelt es mir halt ein bisschen das Spiel weg. Oh, also. Ich kann mal einen Creepern. Ich muss mal da hinten. Hauptsache das steht im Chat. Ja, normal. Boah, hier ist sie. Hab Hunde an! Alter, es sind über die ganze Zeit Creeper, ey. So, nö 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 nö. Ich brauch noch zwei. Ich hab 100 Und nun? Ab zu hater Fuss hater Oh, die ist jetzt vorbei Oh, ja, meins ist jetzt stable Schön Mist, oh, kacke Hat einer das auf Strings? Nein, warum? Ja, hab ich Wieso? Warte, hier liegen noch ein paar rum Was willst du machen? So, hat jemand Holz dabei? Holz Nein, warum? Vielleicht, warte Oder eine Craftingbox oder kann craften oder irgendwie sowas? Ja, ich hab's Kannst du mir mal eine Craftingbox da irgendwie organisieren? Wenn du mir die Viehchen bleibst, gerne Aber warum? Siehst du gleich Jetzt hast du wieder ausgefuchst Manchmal würde ich mir schon wünscht, dass Tauge einfach nur so ein Drittel von dem wählen würde, was er eigentlich wählt So Ach, Mist, oh, hast du auch noch mal, ähm Als ob da einfach so ein Sohn-Ein-Ein-Ein läuft, Mann Der an die anderen massakriert Bitte, Multi, ich hab dich nicht verstanden Hast du noch vier, vier Holzbalken? Oder ein Baumstamm oder irgendwie sowas? Danke Das rettet mir grad so ein bisschen den Arsch Also nicht, aber Dann kann ich nämlich mal eben, weil meine, meine Scoop war alle Und ich wollte hier eigentlich, bevor ich, bevor ich nachher wieder hier her muss, mal eben ein paar Bienen mitnehmen Das ist tatsächlich eine gute Idee Oh, diese Endbühnen sind doch relativ wertvoll Ich werde geschottet Oh nein So, äh, das war unser krasses, äh, Dings Nein Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir Gras Das ist ja zum Ende hin doch relativ eskaliert Ach, wie kommst du denn da auch auf? Es Eskalation 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 auf multidemonhunter.de D-E D-E Denkt übrigens so an mein Merch zu kaufen Nein Ich darf das Nein Ist ja sein Kanal, ja, wir darf das durchaus Hausrecht Ich hab das Hausrecht und ich sag, du darfst es nicht Es ist mein Hausrecht Dann kann ich ja jetzt, dann kann ich ja jetzt auch wieder meine, meine, übergetriebenen Waffen rausholen hier Und mal eben, mal eben ein paar Endermans töten hier Ich hab in einem Lootback ein, ein Division Siegel bekommen, aber ein Inactive Ich hätte gerne noch ein Enderman, äh, Trophäe Ja, ich mag das richtig Bekommt man die überhaupt? Indem du vier töten Ich hab hier ein Enderman Trophäe Stimmt Ich hätte aber gern selber noch eine Kann ich sagen, ich hab die alle selber Organisiert Äh, du bist halt schlecht Hm Was mach ich denn jetzt mit dem Gewinn, Siegel? Schmaß mal Das gibst du mir Was ist dann für Foxy? Äh, es sei denn, du brauchst das irgendwann auch mal, dann kann man sich das mal kurz teilen Also das Inactive oder das Stable? Das Stable Ach, der Hater-Bild hat eine Sonderbranche, ne? Und warum, ähm, warum hab ich das jetzt grad bekommen? Weil du das Ritual mitgemacht hast Genau, also der Sinn dahinter Der Sinn dahinter ist Die Sache ist, dass du aktivierst nur eins pro Person Das erste, dass du quasi in deinem, ähm, Crafting irgendwo drin, also irgendwo bei dir im Feld vermisst Und damit wir halt für Foxy auch eins haben, hab ich dir halt ein weiteres gegeben Ja Ähm, was du haltest dann auch wieder aktivierst Also ich kann, kannst du das so gerne geben, wenn du möchtest Ja, ich stehe ihn dann einfach kurz zu wissen Oh, ich habe Repair Seit einer Weile Ich hab Enderman Head und Enderman Head bekommen Davon hab ich auch so... ich hab die Ender I.O. so ein bisschen gesammelt gerade, nebenbei Das kann vielleicht gar nicht schaden Äh, Ender I.O. in Minecraft Ich glaub von dem Minecraft hast du gar nicht viel Ich hab von dem Minecraft fünf Stück Ne, ich mein, die bringen dir nicht viel Achso, das hab ich oben Jetzt hab ich ne neuen Ender I.O. Was du mit? Oh, da kam glaub ich grad ein Trophier raus Hä? Ich hab auch eine gesehen Malti Malti Ja Hier ist noch eine Ich hab... eine reicht mir So meine lieben Freunde, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal Bis dann Tschüss Verdankt mich nicht Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss